Wir haben ein guter Ubersal gespielt, wir waren viel besser defensiv und es war ein gutes Ergebnis und es war gut. Ja, das stimmt, unser Ubersal war gut, aber auch unser Untertsal war sehr effektiv und kein Gegentor in das gesamte Spiel. Das ist schon eine gute Leistung. Ja, wir müssen viel konsequent in der Defensiv arbeiten, als am Freitag. Wir haben gesehen, die haben heute Wolfsburg 7-1 geschlagen und wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen wirklich breit sein und ein bisschen konsequentisch spielen. Ja, das Spezialteam war die größte Unterschiede heute. Wir haben vier Goals auf unserem PK und unser Problem war sehr. Ich denke, 5 auf 5, wir haben ein ziemlich guter Spiel, aber Spezialteams haben uns heute. Natürlich, wir haben eine große Fans hinter uns. Die Fans kamen ein langer Weg von Bistritsa und wir sind sehr glücklich dafür. Vielen Dank an unsere Fans und wir müssen besser werden. Wir müssen besser werden in pretty much jeder Situation auf der Seite.